So, dann habe ich eben neben der Schnäppchenjagd, die ich jetzt schon fast fertig habe, mir fehlt jetzt noch ein bisschen Gold für die Charaktergedönster, herausgefunden, dass wir in der Season noch eine Aufgabe bekommen haben, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich wir müssen das nächste Ziel in der Lama-Hütte abholen. Die Lama-Hütte ist halt hier, ist auch auf der Karte markiert. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt hier landen. Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht erst hier oben landen soll. Oh Gott, hier ist die Öle los. Eieiei, das wird ja lustig. Aber wir holen uns schon mal erstmal ein bisschen Loot wenigstens, dass wir irgendwas haben. Ah, das ist gar nicht so schlecht. So, dann ab da runter. Irgendeiner ist schon mit dem Auto da. Eieiei, aber alles klar. Die Aufgabe ist neu drin. Da ist erstmal Action angesagt, weil natürlich jeder sich den Auftrag abholen will. Nochmal XP. Ihr seht, ich bin gerade so Level 200 geworden. Frisch. Gucken, was uns jetzt hier erwartet. Er schießt das Lama. Und Aufgabe ist schon mal erhalten. Er sieht mich nicht. Lola, er gibt mir einen One-Shot. Das ist ja auch geil. So, die erste ist unsere Aufgabe. Berge die Nachricht in der Blackbox. Die ist auch nicht weit weg, aber da müssen wir dann nochmal hin. Ab WTM-Fanu. Ja! ... ė? Ja. Je-